1.500 Flaschen landen im Schnitt täglich in diesen Behältern am Stuttgarter Flughafen. Seit fünf Jahren gibt es hier nun die Aktion Spende Dein Pfand. Insgesamt sind in dieser Zeit mehr als zwei Millionen Pfandflaschen zusammengekommen. Der Erlös geht an den gemeinnützigen Verein Trottwar, der sich um Obdachlose und sozial benachteiligte Menschen kümmert. Mit dem Geld kann der Verein mittlerweile fünf Menschen beschäftigen, die die Behälter mehrmals täglich leeren.